Hallo zusammen, guten Morgen. Es ist Herbst. Man sieht, die Mütze aus dem Schrank geholt, die warme Jacke aus dem Schrank geholt. Es ist kalt in der Schweiz. Und heute fünf Tipps oder beziehungsweise eher fünf Ideen für das Fotografieren im Herbst. Bevor wir mit den Tipps anfangen, natürlich der übliche, allgemeingültige Tipp. Erst nachdenken, dann fotografieren. Und zwar, was ist das Besondere im Herbst? Das Besondere im Herbst ist ja nicht nur, dass die Mütze an ist, sondern vor allem, dass wir Nebel haben, dass die Blätter sich verfärben, dass es kalt ist. Je nachdem, wo du wohnst, der erste Schnee vielleicht schon fällt. Also das sind ja die besonderen Sachen. Und die willst du auf den Fotos einfangen, wenn du sagen willst, willst du ein Foto machen mit der Unterschrift Herbst in Bern oder Herbst in Hamburg oder wo auch immer. Der erste Tipp ist der ganz offensichtliche. Such dir Bäume und zwar verfärbte Bäume logischerweise. Darf ich mal ein bisschen darauf achten, das verfärbt sich ja so nach und nach. Ich bin zum Beispiel furchtbar heiß auf die Lärchen bei uns in den Alpen. Die sind noch nicht so weit, die sind auch grün. Die werden erst in zwei, drei, vier Wochen, je nachdem wie kalt das jetzt wird, verfärbt. Da warte ich drauf. Und während ich da drauf warte, suche ich mir halt, ich gehe morgen in den Jura. Das ist ein bisschen Vorgebirge hier in der Schweiz und werde da kräftig fotografieren, weil da hat es Laubbäume. So richtig ganz normales Laub, wie man es jetzt hier auch so ein bisschen sieht. Und das ist langsam so weit, zumindest hier in der Schweiz, dass es voll verfärbt ist. Also such dir Landschaftsfotografie mit Laubbäumen. Und stehe früh auf. Also zum morgenrauen Dasein. Und der nächste Tipp ist natürlich Nebel. Nebel am Wasser, wie ich das jetzt hier an der Aare habe oder an einem See oder einfach über den Feldern. Nebel haben wir an verschiedenen Stellen. Ich komme aus der Lüneburger Heide, auch da hat ständig Nebel. Und gerade die Lüneburger Heide kann ich, glaube ich, sehr empfehlen im Morgennebel. Also früh aufstehen hilft. Wetterberichte angucken. Das ist eigentlich jeden Morgennebel, aber gerade im Oktober ist, glaube ich, die allerhöchste Chance, Nebel zu haben. Und ich bin ja in zwei Wochen am Elbsandstein. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich eine Woche da bin, dass ich die ganze Woche Nebel hat. Das wäre cool. Aber das kann man unbedingt beeinflussen. Im Zweifelsfall zweimal kommen oder eine Nacht länger bleiben, je nachdem, wo du hinfährst. Dann Frost. Wir sehen es hier auf der Wiese. Es hat gefroren, halt Nacht. Bei uns zumindest geht das jetzt los, dass es über Nacht Frost gibt. Und da kann man Details machen, wie irgendwie halt das Raureif auf dem Gras, wirklich Makroaufnahmen oder die Felder im Frost oder was auch immer. Also dieses, es ist noch grün, aber es hat schon Frost. So diese Stimmung einfangen, das wäre noch ein guter Tipp. Und dann haben wir natürlich noch Wasser und Laub kombiniert. Also zum Beispiel einfach ein Blatt auf so einem Bach legen, Langzeitbelichtung vielleicht machen, einen See nehmen, eine Pfütze nehmen. Ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht auch was, wo man die Kinder mitnehmen kann. Irgendwie so Schlamm, Wasser, irgendwie damit kann man sie wahrscheinlich locken. Also das kann sehr, sehr schöne Bilder geben, wie ich finde. Gerade so dieses bunte Laub in Verbindung mit dem Wasser, weil das assoziieren wir ja auch mit Herbst. Die Farben und es regnet ja auch häufiger, also dass es nass ist. Flora und Fauna, also alles, was sonst so rumkriecht. Das kann ein Vogel sein, der irgendwo am Wasser sitzt oder abgestorbene Pflanzen mit Raureif drauf vielleicht oder was dir sonst so einfällt. Also alles, was so sonst so zur Natur gehört und was so ein bisschen herbstlich aussieht, zum Beispiel der Graureiher vor dem Herbstlaub oder was dir halt einfällt, sei kreativ. Also das waren meine 5 plus 1 Tipps und Ideen für das Fotografieren im Herbst. Ich hoffe, da war was dabei, was dich interessiert und was dir geholfen hat und dich motiviert, rauszugehen. Es dient mir selbst auch ein bisschen als Motivation. Ich sitze die ganze Woche am Schreibtisch schon wieder und werde morgen also wirklich mal wieder richtig den ganzen Tag rausgehen und genießen. Hätte ich heute machen sollen. Aber der Wetterbericht hat gesagt, heute wird schlecht. Ja, das war gelogen. Und jetzt habe ich ein paar Termine heute. Na gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.